So, Jungen, kommen wir nicht mehr zusammen? Auf keinen Fall. Wir genießen den Moment, den Augenblick, nicht das Morgen, nein, das Heute ist entscheidend. Hier ist Mützekatze und auf den nächsten Song freue ich mich ganz besonders. Hat jetzt auch bei uns eine Premiere und ich glaube, es ist noch der eine oder einer der ersten Sender, der diesen Song spielen darf und auch kann. Und ganz liebe Grüße gehen jetzt mal an meinen Kollegen Thorsten, die viele Jahre hat er euch ja hier bei Schlageradio FM Sonntagmorgens von 9 bis 10 immer die heißesten Beats aufgelegt. So konnte man gut in den Sonntagvormittag starten. Leider ist er nicht mehr bei uns, sondern bei einem befreundeten Radiosender. Also viele Grüße nochmal an den Thorsten und er hat gemeinsam mit Kloß, mit Soße, das klingt so nach Essen, ich habe noch nichts gegessen, aber wie gesagt, das mache ich gleich, einen tollen Song aufgelegt für unsere Lieblingsinsel. Wir konnten ja, wie gesagt, nicht den Urlaub verbringen, den wir da eigentlich wollten. Deswegen holen wir jetzt den Urlaub zu uns ins Radio. Und das ist eine Liebeserklärung an diese wunderschöne Baleareninsel. Mallorca, komm von dir nicht mehr los. Also toller Partyschlager jetzt vom Feinsten, gibt's auf die Ohren bei Schlageradio FM. Brandheiz, das ist neu bei Schlageradio FM. Das Lied ist für Malle, für die Insel, die ich lieb. Und heute feiern wir zusammen, weil wir alle auf Malle sind. Hey Malle, schöner weißer Strand, weißer Strand, weißer Strand, weißer Strand. Hey Malle, immer braun gebrannt, braun gebrannt, braun gebrannt. Hey Malle, ich bin Kloß mit Suss. Kloß mit Suss, Kloß mit Suss, Kloß mit Suss. Hey Malle, ich komm von dir nicht mehr los. Komm von dir nicht mehr los. Kloß mit Suss. Hey Malle, ich bin Kloß mit Suss. Kloß mit Suss. Und Thorsten, die ganz liebe Grüße an die beiden, ein toller Partyschlager, damit kann, wie gesagt, dieses Urlaubsfeeling auch zu uns nach Deutschland holen und nächstes Jahr hoffentlich auch wieder auf Mallorca richtig schön abfeiern und dort einen tollen Urlaub verbringen. Muss ja nicht immer Party sein, man kann ja auch einen Erholungsurlaub machen und diese Musik trotzdem genießen, oder? 1940 haben wir es und was ich noch sagen wollte, wer diesen Song kaufen möchte, ist er nicht veröffentlicht, aber demnächst, wir verraten euch dann genau, wann und wo der Song zu kaufen geht. Natürlich auch hier weiterhin bei Schlageradio FM zu hören. Wir bleiben auf der Insel, sie ist unser Inselkind, Carolina. Wir bleiben auf der Insel, sie ist unser Inselkind.